Deutsch für Anfänger. A1, A2. Wie geht's? Gut. Und dir? Woher kommst du? Woher kommst du? Ich komme aus Berlin. Wo wohnst du? Ich wohne in Deutschland. Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien, Frankreich, England. Thailand, Kambodscha, Laos, Vietnam, China, Indien. Wie heißt du? Ich heiße Alex. Ich heiße Alex. Mein Name ist Alex. Wie alt bist du? Ich bin 20, 30, 35. Was ist dein Beruf? Was machst du beruflich? Ich bin Lehrer. Ich arbeite als Lehrer. Ich arbeite als Lehrer. Der Lehrer, die Lehrerin. Der Lehrer, die Lehrerin. Der Verkäufer, die Verkäuferin. Taxifahrer, Mechaniker, Ingenieur, Kellner, Bedienung, Sekretärin. Ich spreche mit Phys pecaminin. Ich komme aus Sonnenwelt. Sprichst du Deutsch? Sprichst du Deutsch? Sprichst du Deutsch? Ja, ich spreche Deutsch. Ja, ich spreche Deutsch. Nein, ich spreche kein Deutsch. Nein, ich spreche kein Deutsch. Bitte Bitte, bitte Danke, danke Bitte, bitte Kann ich bitte ein haben? Ja klar, ja klar Ja klar, ja klar, ja klar Untertitelung des ZDF, 2020